Gehen wir spazieren? Ja! So, los geht's! Achtung, ein Hai! Au, mein Bein! Oh nein, dein Bein! Schnell zum Doktor, dort vorne ist er! Hallo, ist das ein Verletzter? Ah ja, ich mach ihm einen Verband an. So, ihr müsst leider gehen, er muss einen Tag hierbleiben. Okay, tschüss! Hier für dich eine Decke, dass du nicht so frieren musst. Ah, da kommen sie ja schon. Ich darf ihn abholen, hat meine Mama gesagt. So, tschüss! Hallo, 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 ab geht's! Tschüss, Ende Geländer!